Liebe Freunde, es macht mir grosses Pläsir, wieder einen Moment mit euch zu verbringen. Und hier treten wir von unseren lieben Frauen. Was würden wir dann machen, wenn wir sie nicht hatten? Wir wären ja ganz verloren. Und trotzdem hätte mal ein berühmter Schriftsteller gesagt, es ist nicht gut, wenn ein Mann allein bleibt. Es ist aber noch schlimmer, wenn er nie allein sein kann. Also heute reden wir ein bisschen von euch, liebe Damen. Und wir fangen an mit einem kleinen Gedicht, Böwenspringen. Mein Mann kann mit mir spazieren, mein Herz brandt für dich so heiß. Ich würde dir gar nichts spazieren, alles, was du noch nicht weißt. Bebel halt mit ihnen übe, du stehst nicht in meinen Winsch. Geh du irgens anders gegen, dass du dummes Gansel findest. Öffne mir ein bisschen das Herz, mein Kummer ist so schwach. Bald sterbe ich vor Lebensschmerzen, ohne dich ist die Welt zu lach. Die Mama hat mir schon vor Jahren gesagt, glaub nicht, was du erzählst. Komm, fangst du an, bist dich verloren und für das Leben lang gequält. Na, meine, das ist ja nur ein Witzel. Die Mama hat das auch gemacht. Komm und gib mir zwei, drei Schmitzeln, sonst wirst du ja ausgelacht. Ich lasse mich heute nicht verkohlen, du nimmst mich für viel zu dumm. Komm hast du meine Unschuld gestohlen, lauf schon mit einer anderen rum. Ja, hier rote schon mal mit mir, sagt Liesel im Scharren. Man sagt, der Scharren niemals, dann bei uns hier rote wir nur in der Familie. Der Papa mit der Mama, der Onkel mit der Tante, der Papi mit der Mami. Ja, und dann kommt auch die Zeit, wie die Verlebten miteinander ausgehen und versprechen sich viel Dings, hauptsächlich an der Saint-Valentin. Kleines Gedichtel, wie heisst Saint-Valentin. Sie sitzen beide auf der Bank und schmüßen. Eine Starne an der Himmelswand, dort durchsüßen. Es ist gerade hier, Saint-Valentin. Und sie sagen, jetzt bist du mir noch nicht bedient fürs ganze Laufen. Das milde Hüche von der Nacht, dort sie nicht stehren. Und der Mond grinst und betracht, wie sie sich ehren. Sie büllen schon ihr Nest im Traum für lange Jahre und wünschen sich für den Stammbaum ein Kind geboren. Sie murmeln liesslich durch die Sehne ewige Treue. Sie wissen es nicht, neunmal auf zehn ist es doch gelöhe. Sie sitzen beide auf der Bank und haben geschmüßt. Eine Angel an der Himmelswand ist durchgesüßt. Und so will sich jeder eine Risse suchen. Besser gesagt, jeder ist froh, wenn er je eine findet. In der Mosche ist es einmal zugegangen. Er geht spazieren in der Hauptstrasse und sieht, wie die schöne Sarah am Pfandsterleid in der Sonne und lebt Leute wie durchgehen. Nur sagt er auch, Sarah bist du so schön. Könnte ich nicht ein bisschen aufkommen zu ihr, doch man könnte, ja nein, man könnte ein bisschen was machen. Dann sagt Sarah, her Mosche, ich bin doch kein Hör. Dann sagt der Mosche, ja wer redet dann von bezahlen? Ja, manchmal klappt es nicht, so wie bei Mosche. Bei mir ist es auch nicht geklappt mit dem Marigl. Ich habe es in einem dicken Gedicht. Ja, Marigl, schön, Bibel, wie bist du so natt? Sind er froh, wäre ich ja, wenn ich so ein Mädel hätte. Leider bist du wie ein Fisch, manchmal da, manchmal da. Wenn ich so hart, desto mehr machst du mir weh und mein Leben so hart. Dann sehr lange hast du es mit dem Schang und dem Güstel schon gehabt. Und der Hans und der Franz können auch schon in dein Bett. Und ich komme, jung und dumm, und möchte auch noch dazu. Sagst du, zu spät, es ist mir nicht, und mein Tag ist jetzt zu. Ja, Marigl, schön, Bibel, du stehst in der Klemm. Der Buch rund ist nicht gesund, weil man nicht weiss, von wem. Ist es vom Jiri, vom Güsti, vom Bühr, ist es vom Gnacht. In dem Fall ist es egal, ohne es geschieht doch gerade recht. Die zwei Freundinnen, wie sie schon lange nicht mehr gesehen haben, die treffen sich auf der Strasse, von was reden sie natürlich? Von ihren Kindern. Dann sagt der eine, oh, wie viele Kinder hast du dann? Oh, ich habe zwei Kinder. Und du? Ich habe sechs. Ja, Herr, wie hast du dann das gemacht, dass du nur zwei hast und ich sechs? Dann sagt Salih, ja, weisst du, mein Mann seht die Mandeln an. Dann sagt der andere, und meine Tolle seht das Pyjama aus. Jetzt kommt ein Gedicht, wie Angst heisst. Wenn du sogar eine Fülle hast, warum sperrst du sie in einem Käffi? Wenn du sogar eine Fische hast, warum machst du sie in einem Aquarium? Wenn du sogar eine Blemele hast, warum schneidest du nicht den Stuhl ab? Und wenn du mich sogar hast, Mensch, macht das mir noch Angst. Ja, ja, es klappt halt nicht immer so in einer Ehe. Das Perl ist in einer Wirtschaft gesessen. Und dann sahen sie in einem Eck, an einem Tisch, eine Frau sitzen. Ein Glas Whisky vorne an sich. Und wie schon ein bisschen ein kleiner Schwebset. Und der Mann vom Perl, der betrachtet die Frau und betrachtet sie und betrachtet sie. Und seine Frau sagt, her, warum lässt du denn die Frau alles an? Kannst du sie? Dann sagt er, ja, ja, es ist meine erste Frau. Was ist deine erste Frau? Ja, ja, es ist meine erste Frau. Sind sie schon lange gescheit? Ja, sieben Jahre. Offen, deckel, sagt die Frau, ich habe nicht gedacht, dass man diese so lange feiern kann. Mit diesen zwei Freunden ist es auch nicht besser gegangen. Die treffen sich auf der Strasse und reden von ihren Frauen. Dann sagt der eine, na, meine Frau ist ein Angel. Dann sagt der andere, hast du eine Chance, meine Liebe noch. Und die zwei andere Freunde, wie sie sich drauf auf der Strasse, wie auch von ihrer Frau reden. Dann sagt der eine, ich habe keine Chance mit einer Frau. Und dann sagt er, ja, warum? Ja, ja, die erste ist mir ab. Und die zweite? Die zweite ist geblieben. Und das Beste, was man gehört hat, dann hat man eine schwere Mama. Zwei Freunde haben sich angetroffen auf der Strasse und dann sagt der andere, Ja, ich habe gehört, dass deine schwere Mama gestorben ist. Dann sagt er, ja. Und was hat sie gehabt? Ja, nur eine Zweizimmerwohnung. Nein, ich meine, was hat ihr gefehlt? Ah, ein Anstand, ich bade an einem Lavabo. Nein, ich meine, von was ist sie gestorben? Ah, sie ist Kallachstein untergekehrt, wie sie Kronbärerauf hat holen. Ah, was hat er noch gemacht? Eine Nudel. So, liebe Freunde, es reicht für heute. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann, bleibe gesund am Montag. Ein Elsässer geht nie unter. Salut, bis dann.